Guten Tag, ich bin der Robert von Permaboss. Ich wollte nur kurz die neue Presse von Permaboss herzeigen. Das ist für Stickerei und die Idee war etwas zu verbessern, dass wir immer gekauft haben. Die neue Presse hat ein paar Sachen, die sehr wichtig sind. Erstens, das ist für, wenn man mit dem Laser nützt und man muss viele Hemden in den Rahmen einstecken, da kann man sofort mit der großen Müslung nützen und den Fuß nützen. Dann sind die Hände immer frei, diese Hemden raufzustecken und die Rahmen zusammenzubringen. Anstatt mit den Händen und immer mit, wie sagt man, Rist auf Deutsch, weiß ich nicht im Moment, aber da kriegt man kein Tennis-Albo, Golfer-Albo oder die Probleme von 100 Mal machen. Und oft sind die Frauen, es gibt Frauen, die sind sehr klein und mit den großen, dicken Hoodies und solche Sachen ist es sehr schwer, das zusammenzustecken. Was auch wichtig ist, ist, dass wir keine Geräte weltweit checken können und Probleme haben. Mit den alten Geräten, die wir nicht gebaut haben, war ein großes Problem. Und das ist eigentlich, dass die Kunststoff hier, war zu dünn. Und das ist, ich weiß es auf, das ist so circa 22 Millimeter, aber das wird gebogen, sobald man diese große Stück ausschneit, wo die Rahmen hineingeht. Und da ist 4, 5, 6, 7 Millimeter gebogen. Und das gibt Probleme, weil wenn man die Rahmen hineinsteckt, wird es eigentlich irgendwann kaputt, weil es gibt zu viel Stress. Und hier haben wir 6 Millimeter Aluboden, alles zusammen festgestellt. Und ist egal, was man hier mit dem Kunststoff macht, das wird sich nie biegen. Und zweitens haben wir etwas ganz wichtig, haben wir diese kleine Gitarre rausgenommen, zum, wie sagt man, zum Fischen gehen, das ist jetzt weg. Und wir haben einen Laser hineingebaut. Die Laser ist sehr wichtig, da können Sie jetzt schauen. Sehen Sie den Laser hier. Und es ist egal, wie hoch, wie niedrig, wo man drückt, die Laser bleibt immer genau in die Mitte. Und das ist wichtig, weil wenn man diese Applikation, wenn man diese Applikation auf dem Hemd drauf legt, wo steckt man das? Wenn man hier steht, jetzt bin ich sehr, sehr groß, ich kann hier nicht genau durchsehen. Und wenn ich nicht so hoch bin, wenn man das mit den Augen hier anschaut, das kommt irgendwo anders. So, da hat man fast keine Chance, das gleich zu legen. Aber mit dem Laser ist das kein Problem, weil die Laser ist immer dort. Und da hat man etwas fest, wo man diese Applikation dort stellen kann. Und da kann man auch natürlich überall durchsehen. Und zuletzt haben wir diesen Platz, wo man alles aufstellen kann. Da kann nichts wegrennen, Kugelschreiben und so weiter. Und das ist mit diesem deutschen Laser, das wir für jahrelang hineingeführt haben. Jetzt kommt die Laser zurück nach Hause in Europa. Und da haben wir diesen Laser hineingebaut. Und das kann man sich ändern und austauschen später. Es leuchtet für tausende von Stunden. So, wenn Sie Probleme haben mit Ihrer Stickerei, damit Sie so schnell sein kann wie möglich, oder mit dem Laser mitzumachen, diese Presse schaut aus wie den kleinen Bruder von Laser mit der Farbe. Aber es hat wirklich sehr guter Sinn, schnell etwas in den Rahmen hineinzustecken. So, bitte schau auf die Website von Permabuzz Laser oder permapress.com. Okay, dot C O eigentlich. Okay, danke schön. Tschüss.